Hallo, mein Name ist Wolfgang Krömer und heute möchte ich zeigen, wie man das Spiel Camel Up vorbereitet. Hier haben wir den Spielplan. Dann brauchen wir als nächstes die Pyramide. Da ist sie schon. In die Pyramide kommen die Würfel hinein. Der Schieber wird geschlossen. Und die Pyramide wird umgedreht. Jetzt die verschiedenen Karten. Hier haben wir die Wettkarten für die Etappenwetten. Da kann man 5, 3 oder 2 Punkte später gewinnen für jede Kamelfarbe. Als nächstes die Pyramidenkarten. Wenn man würfelt, bekommt man eine Pyramidenkarte und die ist ein ägyptisches Fundwirt. Nun kommen die Kamele ins Spiel. Die werden auf die Startpositionen in ihre Zelte verfrachtet. Jetzt nehmen wir an, dass wir 3 Spieler haben und wollen die mit Karten ausrüsten. Das sind Wettkarten. Die sind aber erst ganz am Ende des Spiels interessant, wenn das olle und das tolle Kamel gewählt werden. Außerdem haben wir Wüstenkarten, die können Kamele ein Feld vor oder zurück befördern. Und jeder Spieler bekommt 3 ägyptische Pfund.